Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 dass du enttäuscht bist Ich bin geboren in deinem Gitter Ich war noch nie frei Freiheit ist etwas, was du in dir trägst und nicht was Außen ist Wenn einer von den vier jungen Herren es schafft sein Verhalten zu verändern weil er mit ihnen gearbeitet hat dann haben wir eigentlich schon viel erreicht Aber der Geist, den Sie hier aus der Flasche gelassen haben der ist gefährlich für die, die es nicht schaffen Der Geist, den Sie eingesperrt haben Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020